Ja, damit herzliches Willkommen zurück zu Sky Factory 3 mit dem Penta. Hallo. Einem Altbekannten, der wieder mal vertreten ist. Jetzt sogar mit besseren Mikrofonqualität. Mhm. Und dieses Mal habe ich es nicht verkackt, dieses Mal habe ich es separat aufgenommen. Ja, da bist du nicht so leise wie letztes Mal. I'm sorry. Egal, auf jeden Fall haben wir... Boah, wie lange gestreamt? 6 Stunden? Ich glaube 6 oder 4, 5 Stunden auf jeden Fall. Es waren glaube ich mehrere Streams auch, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Auf jeden Fall vergangenen... Oh, das stimmt sogar dieses Mal. Vergangenen Samstag gab es auf jeden Fall einen großen Stream, der war, ich glaube 5 oder 6 Stunden lang. Mit nur Sky Factory. Und da haben wir natürlich einiges weitergebracht. Wie zum Beispiel den Tier 3 Blutaltar. Ja, Tier 3 passt. Tier 4. Äh, stimmt. 1, 2, 3. Ja, passt. 4. Tier 4 und Penta hatte richtig Spaß. Wir haben beide unsere Seelen und unser Blut geopfert für genau dieses Ding da in der Mitte. Denn, was haben wir denn jetzt? Wir haben fast den Well of Suffering fertig, sprich das automatische Blutritual. Aber ja, dazu später mehr. Und wir haben den coolen elektrischen Beacon, der Regen 3 gibt. Der ist toll. Und braucht nur 5 RF pro Tag. Ich meine natürlich, das können wir uns nicht leisten. Nein, 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 nein. Und weiter habe ich dann angefangen, ein bisschen, äh, na, wie heißt das Zeug? Na, Netherrack. Genau, Entschuldigung. Netherrack zu farmen, um hier dieses wunderschöne Mandolin schwer zu machen. Denn es gibt nämlich eine Quest, ein 20 Damage und ein 90 Damage schwer zu bauen. Die 20 sollten eher kein Problem sein. Aber die 90, das könnte kritisch werden. Aber wir haben den Level Mod mit drauf, von dem her mehr Modifier. Und wenn es interessiert, das Schwert besteht aus einem Mandolin Sword Blade, einem Paper Tool Rod und einem Paper White Guard. Passt doch. Und das wollen wir natürlich noch upgraden. Denn das macht zur Zeit gerade mal plus 15,5 Damage. Das ist nicht zu viel. Ja. Ja. Ich glaube, das war so. Ich glaube, das wird zwar an Durability leiden, aber um das geht es ja nicht. Genau, denn wir können nämlich, das haben wir letztens im Stream vertauscht, an Moss Stone Shizzle. Womit wir diesen wunderbaren Ball of Moss basteln können. Der hat das Schwert dann wieder langsam, ganz langsam, Regen. Aber besser langsam als gar nicht. Und ich sehe gerade, stimmt, der Modifier ist jetzt anders. Den Ball muss man nämlich noch mit irgendwas zusammen craften. Das heißt jetzt nämlich, Moss, das da, Mending Moss. Man kann kein Mending Moss basteln, ernsthaft? Ernsthaft? Wie? Seriously? Oh, wie war's denn? Ah, 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 Tooltip lesen hilft. Red kick a bookshelf with Tiss to convert it into Mending Moss. Consumes 10 Levels. Puh. Puh, haben wir Leder. Leder. Wir haben 50 Leder, holy shit. Paper. Ja, ja. Äh, Sugarcane. Exilie Editions und Rotenfresh. Amazing. Macht Leder. Fucking amazing. Und, und, äh, Penta ist jetzt wieder mal Sojabauer geworden. Wir haben genug zu essen. Ja. Wenn wir eine Hoa hätten. Ja, Hoa. Ich glaub, du baust mal eine Obsidian Hoa. Wir haben nur 10.000 Obsidian Blöcke. Das sollte reichen, glaub ich. Ich könnte eine Inferium Hoa machen. Buck. Du könntest eine machen. Wie viel Essenz haben wir? 1.700. Ja. Ne, was meint denn? Äh, Leder? Also nicht in Ferium, gleich die Beste halt. Obwohl wir könnten eigentlich das Zeug auch, äh, hä? Ah, da ist es Leder. Doof. Eigentlich auch für die Rüstung nutzen, denn die müssen wir sowieso bauen. Müssen wir. Ja, die müssen wir tatsächlich bauen. Das könnten wir aber dann, das könnten wir eigentlich nächstes Mal machen. I don't know. Und jetzt einfach eine Obsidian Hoa. Oh, da, da ist die Obsidian Hoa. Oh. Da ist mein Buchschelf. Da ist mein Buchschelf. God damn it. Irgendwann übrigens so ganz bisschen Holz. Wir haben glaub, wie viel waren es? 120 Stacks? Ich glaub, es waren 120 Stacks. So. Das ist der Right Click. Amazing Mending Moss. So, was kann jetzt Mending Moss? Ich glaub, das kann, ja, das kann das, genau. Mending Moss. Pick up XP to... Oh. Oh. Das ist ja cool. Wenn man die XP aufhebt, wird das da drin collectet und das Regent langsam das Schwert lieben, quasi. Ja, der Modifier ist ein bisschen schlechter geworden, aber er schaut jetzt nicht mehr so kacke aus. Schau, das Schwert schaut echt okay aus. Nur so ein kleiner Punkt auf der Seite. Na ja, ich glaub, das war noch immer schon so. Ne, ne, das war komplett über Moos damals, richtig hässlich. So. Oh, das geht richtig schnell. Du hebst die XP auf, die Druabilities ist instant wieder voll. Oh, das ist nice. Also, natürlich ist ja generell etwas und dann tropft das XP, also. Ja, genau. Ist ja voll, ist voll useful. Oh, shit. Gott sei Dank ist es ja so obsidisch. Ich hab mich dafür eingesetzt, ja, dass wir einen Obsidian-Turm haben. Das war sehr sinnvoll. Weil irgendwie die Suiziden da runter und explodieren instant. Soll ja blöd sein. Seh ich eigentlich irgendwie irgendwo wie viel XP da drin ist? Äh, nope. Schade. Hm, I don't get it. Aber es soll schon passen. Die Suiziden da voll runter, die schießen da direkt in die Fresse, die Mobs. Ja. Ich kann sofort da runterkommen. Das ist so, ja. Ich glaub, ich warte mal. Weil, das ist eher langweilig. Oh, 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 da waren wir ab. Oh, shit. Wie weit sie schlagen können. Hey, da war ein Hero, Brian. Ja. Können wir da öfter vorbei. Und was mit Googly Eyes? I like it. Wieso haben wir eigentlich keinen Hood-Mod? Wieso haben die Hüte und wir nicht? Wollen die uns jetzt sagen, dass wir besser oder schlechter sind als sie? Ich glaub, sie sind besser. Man, die hitten ja auf drei Kilometer, die Mobs. I don't know. Immer diese Cheater. Wie der schöne Screenshot, den ich dir geschickt hab. Mit den Battlegrounds-Cheatern, ja? Ja. 1,5 fucking Millionen. Holy shit. Ich mein, wie viele spielen das? Ein paar Millionen werden schon sein, aber. So. Hol ich mir ein bisschen Stein. Oh, die Barrels sind wieder frei. Und die sind voll. Dann, drop it. Wie viele Schädel die Mobs einfach geben. Holy F. Also ich würde dafür, du baust mal eine größere Kiste. Wenn es sowas gibt in dem Modpack. Schon, dass es sowas gibt. Äh, ja, ich mach nur schnell, dass... Oh nein, ich mein nicht diese Riesenkiste dein damit. Meine kompakte, große Kiste. Hi Creeper. Hi Creeper. Oh, ich... Hm. Gibt es eigentlich mehr XP, wenn ich mehr Mobs hit gleichzeitig? Oh, hi. Gleichzeitig? I don't know. Oder gibt es einfach gleich viel XP? Ah, XP sag ich, level. Hm. I don't know. Aber es levelt ganz schön konsistent. Aber ich glaub, das ist eine Livestream-Aufgabe. Das Schwert hochzuleveln. Weil das dauert ja ewig. Und wir haben einen cool Endermen-Seat und haben irgendwie voll verpeilt, eine halbe Stunde lang, wie das Duplizieren von den Seats geht. Bis wir draufgekommen sind, es gibt dieses Werkzeug in diesem Modpack noch gar nicht. Ja. Das war sehr interessant. Das ist die nächste Version. Ja, 1.12, die übernächste. Ah, übernächste. Also die übernächste Minecraft-Version, nicht die Mod-Version. Das ist ja nicht so schön. Haben wir... Hm, das können wir noch machen. Wir haben eine Hoh. Du hast eine Hoh da schon reingepackt. Wie viele Hohs haben wir jetzt gemacht? Du hast eine gemacht? Ja. Ich hab eine gemacht. Ah, nur zwei. Oh, das geht ja noch. Und für alle, die nicht wissen, von was wir reden. Wir haben so ein bisschen Obstitien. Das war so ein kleiner Fail. Warum Fail? Das war so Turtle-Tot Fail. Ich hab's überbraucht. Ja. Keine Ahnung, wo wir so viel Quartz-Reached-Iron hier haben, aber okay. I guess it's fine. Bei mir. Wir haben schon eine Pure Daisy. Wann hab ich eine Pure Daisy gemacht? War das im Ziel? Ja. Okay. Dann könnten wir eigentlich direkt mit Plutania anfangen. Ganz lang nach Weißen. Weißen stimmt, da war was. Mit meinem... Boah, wie war das mein Lieblingswort schon wieder? Das eine war Pedal Apothecary. Und das andere war Terrestrial Agglumeration Plate. Genau. Ja. Ganz tolle Wörter. Das ist das, worauf man Terrestrial macht. Terrestrial macht, ja. Und das Pedal Apothecary ist das für die Blümchen. Ähm, so. Jetzt ist die Frage. Sind die passiven Blumen hier permanent, oder? Moment, steht irgendwas dabei? Äh. Wie hieß das? Day, day irgendwas. Day... Boah, wie hieß die Tagblume? Äh, Botania. Das war die... Daybloom? Ich glaub Daybloom hieß das Ding. Mhm. Wieso find ich die dann nicht? Ich will das Ding finden. Dann Lexica Botania. Äh, das muss doch ein NDI auch sein. Das sind die schwebenden Blümchen. Äh, warte. Blumen. Day. Oh, das hat irgendwie eine neue Textur. Ich mach mir mal ein Lexica Botania. Oder haben wir schon eins? Lexica. Lexica. Wir haben schon eins. Nice. So. Ach, stimmt. Das ist jetzt das coole Lexica Botania. Das neue. Oh, der... Wie online. Der genau, da wollte ich draufkicken. Und der hab sogar gesehen. Goddammit. Das wollte ich auch nicht. Wie komm ich da zurück? Hä? What the fuck? Ein Bugmarkt? Da muss ich doch irgendwie zurückkommen, oder? Es geht wozu machen. Show Notes. Hä? Es gibt einen fucking Notizzettel. Holy shit. Wie cool ist das Ding? Ich werde zwar immer noch nicht wieder zurückkommen. Ah, unten. Okay, back. Ingame. Ah, okay. Da gibt es jetzt ein neues Einstiegstutorial, das man sich durchlesen kann. Wo man dazu gezwungen wird. Was ich jetzt nicht so toll finde. Vorher würde es die Daybloom gar nicht geben. Ich dachte es mir auch gerade dabei. Oder heißt es irgendwie anders? Äh, Generating Flora. Stimmt, die gibt es gar keine. Doch, es gibt Hydrangeas. Das ist es 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 es. Oh, ich kann wieder mein cooles Design machen. Welches denn? Das mit dem Türmchen, mit den ganzen Hydrangeas, die floaten. Kennst du das gar nicht? Könnte es theoretisch. Das ist ein mega cooles Setup. Äh, die Gommaryllis oder wie die heißen. Genau so. Du meinst die... Weil die kann unseren Soja auffressen. Aber du meinst die Gommelis. Gommaryllis. Gommaryllis. Ähm, Moment. Immer. Gommaryllis. 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 Äh... Weil die kann... Gommaryllis. Soja genießen. Gommaryllis. Gommaryllis. Keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. So auf jeden Fall. Ah, das braucht schon Rune. Nevermind. Können wir Rune schon machen? Oder Fire Rune of Summer. Äh, Rune... Of Summer. So glaube ich die schwere, ja. Haben wir Melonen? Ah, wir haben Market, Nevermind. Wir haben ein Problem. Wir haben keine Slime Balls. Musst du Kaktus machen. Jaja, aber das braucht ihr dann alles schon, die advancedere Mana Sachen. Machen wir mal die Basic Blume haben, um irgendwas zu verbrennen. Äh, ich mach glaube ich mal eine Endoflame. Red, Grey und Braun. Red. Grey. Light Grey, Entschuldigung. Und a brown. Die braunen haben wir ja am liebsten, ja. Zwei... Light... Ah, warte, braunen waren zwei, oder? Moment. Moment, kurz. Zwei und die braunen, okay. Das da und das da. Okay. Oh, sorry. I'm so sorry, mate. Wir brauchen unbedingt ein zweites Grid. Definitiv. Seed. 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 Denn wir wollen da wunderbare Sachen draus machen. So wie sich das gehört. Zag, das ekelhafte Geräusch ist immer noch da. Wenn der Seed fertig ist. Electric Magic. Was? Electric Magic? Strom ist aber keine Magie. Well. Of suffering. Immer diese Wortwitze. Es ist noch viel zu früh. Es gibt's bald noch 6 Uhr. Holy shit. Stimmt, wir nehmen heute viel zu früh auf, was los? Ja. Manosprayer. Manosprayer. Also wie letztens. Sprayer. Im Urlaub. Im Urlaub passiert das, ja. Ich brauche mal Holz. Wunderschönes Living. Wieso? Und es regnet schon wieder. Also ich glaube auf dem Server ist die Regenwahrscheinlichkeit so 10 mal höher als normal. Kann das sein? Das ist generell in allen Modplanes. Das ist immens. Wir hatten glaube ich letztens im Stream ungefähr 8 oder 10 mal Regen. Das war nicht so schön. Und was soll ich aber Botania machen? Ich brauche so eine schöne Grasinsel. Oder soll ich unseren Garten einfach ein bisschen ausbauen? Ich baue unseren Garten mal aus. Wenn du sicher einen Bilderswand, ja. Ganz sicher. Irgendwo. Haben wir sogar echt. Holy shit. Wo habe ich das Ding gebaut? Da kann man gar nicht machen. Bitte? Was? Das Dieb da kann man nicht machen. Wahrscheinlich. Du kannst aber das, boah wie ist das Ding? Beneath machen. Genau das Beneath. Natürlich letztens unten die Stimmen. Die habe ich auch noch nicht gezeigt. Ich habe, wenn wir nichts besseres hatten. Einfach mit extrem langsamen Endio Conduits. Drei Compacting Drawers hintereinander geschlossen. Und jetzt haben wir einen Sextapel Compressed Cobblestone. Ich habe keine Cobblestones mehr da drin. Was? Ah, und übrigens, da waren 650.000 Cobblestones drin. Die sind jetzt alle in den Sextapel gewandert. Ich schalte das Ding mal aus. Obwohl, eigentlich brauchen wir die Cobblestones nicht. Nein, ich darf schon. Ich lasse es mal weiter compressen. Weil eigentlich brauchen wir die Dinger eh nicht, die Cobblestones. Die 64 in der Intro Ausflugten reichen, die Stacks. Ach was. Das passt schon. Dann brauchen wir noch Living Stone. Oder Living Rock. I'm sorry. Dickes Upgrade. Dickes Upgrade? Was für ein dickes Upgrade? Dickes Upgrade. So. Cobblestone geupgradet. Oh. Mit was denn? Auf die letzten Teere. Aha. Wie viel produziert der jetzt? Äh. Scheiße viel. Scheiße viel. Oh, ich merke gerade, dass unser Ding limitiert. Was? Die Transfernaut? Äh. Die Transfernaut. Oh, Phil's Bad, man. Grass Seed? Wir haben sogar noch Grass Seeds, okay. Dickes Nilo. 64 macht der. Oh, irgendwas. Das ist nett. Oh, der Grass Seed macht eins. Egal. Obwohl, ich könnte das Gras ergießen. Dann würde ich schneller gehen. Ich denke so. Oder auch nicht. Dann ist die Gießkanne so kacke. Normal ging das doch viel schneller als du sowas. Egal. Wenn ich hier Master Richards nochmal verpacke. Oh, mein Stein ist fertig. Also ich würde mal dafür, dass uns irgendwann schnellere Spitzhacken machen. Die sind mal Arsch langsam die Dinger. Meine zumindest. Wenn du willst. Ja, also meine auch. Äh. Wenn du willst, kannst du jetzt zuschauen. Ja, geil. Ich nehme ich die Mobs von mir umgebracht habe. Mann, da ist wieder so ein kleines Tier. Hier. Das war leider kein Minisoren. Ich teste es hier mal. Wie war es denn das Sollen? Mann. Stirb. Danke. Das Mending-Moss ist echt cool. So. Ich teste es hier mal einfach nur, dass ich weiß, wie das Ritual genau ausschaut. Ja, ist ja wie immer. Ja, genau. Oh, what? Ah, doch, doch, doch. Das schaut so aus wie immer. Ja. Und in der Mitte setzt die Mobs einfach rein. Ja. Das passt doch genau unter dem Blutaltar. Ja, genau. Soweit ich mich erinnern kann. Sonst dauert jetzt Stunden das abzubauen, oder? Okay, ja, du machst das. Ich gehe der Welt unter dem wunderschönen Pflänzchen. Ich habe noch keinen Ding. Es ist kein Wand. Es ist kein Wand. Es ist kein... Wie ist das Ding? Wand of the Forest. Oh, fucking shit. Mhm. Die Folge ist ja schon fast 18 Minuten. Ja, ich bin in letzter Zeit echt gewohnt, du zu streamen. Da fällt das echt nicht auf, wenn man so, keine Ahnung, 5 Stunden vor Minecraft sitzt. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, das Ritual sehen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Servus. Bye.